Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2244 vom 6. November. Ich habe das Wochenende nicht gegeben, darum bin ich außerhalb jeder Zeit- und Timeline, weil das Wochenende hat Dagmar gegeben. Deswegen sitze ich hier mittendrin. Zum Thema Glaubenssätze, Slate of Mouth und The Work of Byron Katie und deswegen würde ich dir das erste Wort geben. Wie war es, Dagmar? Du bist umgeben von den Assistenten, sehe ich gerade. Ja, meine beiden Assistenten, die anderen Assistentinnen haben wir nicht dabei. Es war ein fantastisches Wochenende. Wir haben wirklich drei unterschiedliche Formate gemacht zum Thema Glaubenssatzarbeit. Im Mittelpunkt standen die Slate of Mouth-Pattern und damit haben wir heute den ganzen Tag sehr humorvoll geübt. Kann man so sagen, oder es wurde unglaublich viel gelacht. Es wurde so viel gelacht, dass ich mich manchmal gefragt habe, was die Übungsgruppen da drüben wirklich machen, weil es war wirklich so ein Wohahaha. Es war wirklich toll. Ich schätze mal, die haben nicht geübt. Die werden einfach nicht geübt haben. Ich schätze auch, sie haben aber sehr konkurrent vermittelt, sie hätten geübt. Also ich glaube, es hat Spaß gemacht. Genau, gestern haben wir The Work gemacht, auch nochmal so zum Thema Glaubenssätze. Das war viel, viel strukturierter als heute. Da wurde auch ein bisschen weniger gelacht als heute. Es heißt ja auch The Work und nicht The Laugh. Genau, das ist ein Handbuchformat, da arbeitet man einfach. Da ist kein Mouth oder so drin, sondern wird einfach wirklich gearbeitet. Auch das war sehr toll. Wir haben tolles Feedback bekommen, auch als Team. Es war schön, ein schönes Wochenende. Wie fandest du es, Kuto? Ganz toll. Also ich fand es super. Ich bin ein totaler Fan von Slate of Mouth. Und auch The Work war ich bisher nicht so ein toller Fan, aber du hast mich schon auch dafür begeistert. Also ganz toll, Slate of Mouth ist ja auch total humorvoll und das kann man total schön in so Diskussionen einbringen und so. Das ist einfach wunderbar. Ich glaube, die Ersten auf YouTube, ich habe selbst einen, danke. Die Ersten auf YouTube werden sich jetzt wundern, die sagen Slate of Mouth ist humorvoll. Ihr wisst schon, dass die Slate of Mouth in der NLP-Szene als mit das schwerste gelten, was es überhaupt gibt, oder? Da kann man nicht einfach lachen. Wir haben es trotzdem gemacht. Das wird sich rumsprechen, in Berlin lachen sie. Und wir haben das ab und zu überprüft in der Küche und die haben tatsächlich geübt. Die haben das wirklich so aus dem Hemdsärmel rausgeschüttelt. Also es war wirklich genial, also beeindruckend. Und ich bin so begeistert davon, dass ich das auch außerhalb dann erzählt habe. Und dann kamen gleich so Anfragen, da gibt es ja auch Tagesseminare da drüber und so. Das lässt sich ja nicht ausbauen. Vielleicht mal unsere Teilnehmer noch kurz, wie du es so fand? Ja, also ich bin da als Querensteiger jetzt dabei und fand das wahnsinnig interessant, also so Work, einfach, weil es so einfach anzuwenden ist und doch recht tief geht. Und dass man das auch für sich selber machen kann, fand ich sehr, sehr gut. Und Slate of Mouth, glaube ich, muss man schon auch üben, aber auch das Inhaltsbefreite, also wir haben an dem Wochenende auch viel praktischer einfach geübt. Das hat mir gut gefallen. Und auch dann so Sachen wie das Inhaltsbefreite, alle Schocks sind Aluminium. Fand ich einfach gut. Das war lustig, hat Spaß gemacht, dieses Wochenende. Ja, ich bin ein großer Fan von The Work. Vielen Dank nochmal für die Wiederholung, Dagmar. Ich habe es lange nicht so in der Ausführlichkeit gemacht, werde es auch wieder mit mir selber machen und auch in meinen Coachings anwenden. Und obwohl mein Work nicht zu Ende war, bin ich heute Morgen in einer super Erkenntnis aufgewacht, die ich gleich noch in Form einer E-Mail in die Welt tragen werde. Ja, deswegen vielen Dank dafür. Dies Slate of Mouth-Battern fand ich jetzt mega lustig, ja, lustig, aber auch erkenntnisreich insofern, dass wir sie zum Bestärken von einem positiven Glaubenssatz nehmen konnten, um es nochmal kräftiger wirken zu lassen, aber auch für Verwirrung und Konfusion sorgt bei negativen Glaubenssätzen, wie wir bewiesen haben, sozusagen mit einer Zoom-Teilnehmerin. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, in beide Richtungen zu arbeiten und natürlich auch entspannt damit zu streiten, zu diskutieren, Diskussionen zu führen. Das heißt ja auch, wer mal eine Kampfgrunst. Genau, also diese Vielfältigkeit des Einsatzes, ja, ich werde mir vielleicht mal so drei, vier, fünf raussuchen und die irgendwie regelmäßig praktizieren, weil alle kann ich, glaube ich, nicht gleichermaßen. Genau, dann sage ich noch was. Also ich muss auch sagen, ich fand es sehr, sehr interessant. Gestern haben wir, wie gesagt, The Work gemacht, eher als statische Methode, die man auf dem Blatt Papier machen kann, mehr oder weniger jeder mit sich selbst und schreibt einfach von oben nach unten runter. Man ist in einem relativ festen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Dadurch ist es, sagen wir mal, einfach in Anführungsstrichen. Und heute haben wir sehr praktisch gearbeitet, sehr viel in der Gruppe gearbeitet, auch in der großen Gruppe gearbeitet. Und genau, verbale Kampfkunst wurde schon gesagt, fand ich sehr gut. Also man kann quasi mit Leuten diskutieren, ohne über den Inhalt zu reden, aber man kann trotzdem ganz viel sagen und der andere findet es einfach nur lustig und man freut sich. Und das ist irgendwie definitiv sehr, sehr witzig und sehr humorvoll. Und deswegen darf natürlich auch gelacht werden. Es wird mir gerade auffällt, wenn du Assistent bist bei einer Trainerin, die in deinem Zielbereich ist, dann trägst du kein Superman-T-Shirt. Das stimmt. Die regelmäßigen Zuschauer kennen dich ja als den Mann mit dem Superman-T-Shirt. Genau, genau, genau. Aber interessanterweise nur, wenn der Trainer in deinem, also wenn sozusagen du im Entwicklungsbereich des Trainers bist, dann fühlt sich nicht überlegen, wa? Das ist natürlich eine spannende Sache, die dir aufgefallen ist. Ich meine, ich könnte mich jetzt noch ausziehen und dann könnte man es trotzdem sehen, das T-Shirt. Uh, ich habe es sogar drunter. Hier, guck mal, ich muss es noch einmal zeigen. Ja, guck mal, hier. Nein! Das heißt, du hast inkognito Superman. Ja, ja. Im Schafspin. Richtig. Superman im Schafspin. Vielleicht, wenn wir gerade beim Thema Handlungsbereich, Handlungstyp, Entwicklungsbereich und so weiter sind, diese Woche gebe ich noch ein Webinar für das Studio Jablonski am Donnerstag, 19 Uhr. Da geht es darum, wie erreiche ich große Ziele? Und da möchte ich euch nochmal ranführen an das Thema Zielearbeit. Also, wie erreichst du große Ziele oder wie erreichen die die Wirkung? Also, ich setze es mal, ich setze es mal, ich setze es mal, das könnte ja ein Modeling sein. Ja, das ist es auch. Also, letztendlich geht es wirklich darum, wie erreicht man große Ziele? Und natürlich, dadurch, dass ich Handlungstyp bin, mir fällt es leicht. Also, ich plaudere so ein bisschen aus Nähkästchen und das, was ich für mich abgeleitet habe, aus meiner eigenen Zielearbeit, Donnerstag, 19 Uhr, wie immer, auf dem Webinar-TV Studio Jablonski. Das heißt, du deckst deine Strategie auf? So zu sagen, ich tue mein Bestes, weiterzugeben, wie es funktioniert. Bist du auch dabei? Äh, ja. Erkenntnis, du brauchst uns hier. Ich habe dich schon transformiert. Außerdem bin ich im Herzen vielleicht schon Beziehungstyp. Ach, Beziehungstyp sogar schon. Okay, ich bringe noch eine Info zum Ende. Ich meine, der Wochengruß tut ja Neues aus der Community berichten und diese Woche gibt es wirklich was zu berichten. Geh auf Edomanto, guck dir die Kommentare an zum Newsletter von letzter Woche. Wir haben 44 Kommentare unter dem Auftaktbeitrag zu der Reihe Glückliche Beziehungen trotz NLP. Wir haben insgesamt auf Edomanto 200 Kommentare. Das heißt, wir haben jetzt fast ein Viertel aller Kommentare unter diesem einen Text. Es ist deswegen beeindruckend, weil, also ungefähr ein Drittel, würde ich sagen, sind meine Antworten auf die Sachen der anderen. Aber es ist so viel wirklich spannende, gute, fundierte, auch ausführliche Beiträge fast nur von Beziehungstyp-Männern. Soweit sie sagen, eigentlich nur von Beziehungstyp-Männern, die in einer Beziehung sind. Also meine These war ja, dass NLP vielleicht nicht den allerbesten Einfluss auf glückliche Beziehungen hat. Daraufhin haben sich sofort einige Beziehungstyp-Männer gemeldet und gesagt, ich habe eine. Und die Frauen kann ich nicht einordnen. Es haben zwei, drei Frauen und der ganze Rest Männer. Tenor ist, wenn du eine glückliche Beziehung haben willst, sei Beziehungstyp. Das, glaube ich, ist der Haupttipp, den sie geben. Also lest die Kommentare auf Edomantu, dann wisst ihr mehr. Also Grundidee, wenn du bist wie ich, wirst du auch eine glückliche Beziehung bekommen wie ich. Also ein bisschen so wie, wie erreiche ich große Ziele? Schreiben Sie, wie kriege ich eine gute Beziehung? Und mein Job ist jetzt irgendwie das Ganze sozusagen von Beziehungstyp auf Erkenntnis- und Handlungstyp zu transferieren. Was ich natürlich irgendwie versuchen werde zu haben. Echt, wirklich spannende Beiträge. Lies es dir durch, kommentiere mit. Das Dumme auf Edomantu ist nämlich, dass man, wenn man den Text liest, nicht ahnt, dass unten so viele Kommentare kommen. Und dann kommt erst nochmal ein bisschen was anderes. Wir wollen das noch oben irgendwann einbauen. Also ich werde das noch unter dieses Video den Link drunter machen, dass du dir auf dem Text die Kommentare angucken kannst. Also ganz nach unten scrollen, da kommen die Kommentare. Genau. Heute kam, wie gestern kam, der zweite Teil der Serie. Es gibt noch keinen Kommentar. Vermutlich sind alle erschöpft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das weitergeht. Ich habe ins Schmetterlingsnest gestochen mit der Serie glückliche Beziehungen trotz NLP. Das glaube ich war es. Dienstag kommt ein Podcast, Donnerstag bist du. Nächsten Samstag ist der neue Newsletter. Das war glaube ich im Großen und Ganzen so das Berichtenswerte. Ja. Dann würde ich wieder hinter die Kamera gehen und würde ausschalten und dann würde ich runterzählen, da wo ihr alle nochmal winkt und dann haben wir ein schönes Ende. Ich fange jetzt schon mal an mit Winken, weil ich aus dem Bildhaus gehe. Wir können schon mal anfangen zu winken. Und ich ende jetzt. Ja. Ja, ja. Vielen Dank.